Mein größter Traum ist gewesen, dass Sie mal einen Kinofilm machen. Richtig fetten Kinofilm, so was wie Der Pate oder Titanic. Also so einmal mal mit richtigen Profis zusammenarbeiten. Also Sie im Junke, also ich Sie im Junke Theater. Also den muss man genießen, der ist 45 Jahre alt. Hallo, heute, heute, ich bin's, der Mario. Ach nee, Quatsch, ich heiße Film Paul. Einmal verhasse ich mich auf dich, verhasse ich mich auch noch. Okay, nochmal, die dritte Nummer, Kater. Paul, hier am Telefon ist eine Mareike Bensinger. Oh. Ah! 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 Aua! Schwarz! Ah! Ich hab wieder nicht runtergefeiert, ihr könnt kotzen. Du, und ich glaube, das ist mir elungen. Doch. So... Und ich hab auch wieder. Vielen Dank.